Bist du bereit für einen Sonntagsausflug nach Bikini Bottom? Spongebob und seine Freunde nehmen dich mit zu turbulenten Abenteuern. Wir haben den Schurken gewaltsam genommen, over! Auch geht's ins Camp Coral, dem verrücktesten Sommercamp im Algenwald. Oh, guckt mal! Erlebe dort Spongebob als kleinen Schwamm beim Quallenfallen. Ja, ich hab eine! Also, sei mit am Start beim Spongebob und Camp Coral Special. Nächste Woche Sonntag ab 13.15 Uhr. Nur bei Nick. Nachbieter dem Schlag wir uns untertiteln. Untertitelung des ZDF, 2020